Hallo und herzlich willkommen zum 22. Kapitel der Fanfiction Realität oder Spiel. Viel Spaß! Erik. Angespannt rieb er sich über die Stirn. Ihn plagten leichte Kopfschmerzen. Nach wie vor waren seine Freunde in diesem kranken Spiel die Protagonisten und mussten um ihr Leben kämpfen. Wann hatte der Wahnsinn endlich ein Ende? Seine strahlend blauen Augen hefteten sich wieder auf die Monitore. Während Hardy zusammengesunken auf dem Bett saß, er musste tatsächlich eingeschlafen sein, versuchte Valentin nach wie vor Level 3 abzuschließen. Der Wookie wich ihm dabei nicht von der Seite und Erik ertappte sich dabei bei dem Wunsch, dass er am liebsten mit seinem Freund getauscht hätte, nur um ihn in Sicherheit zu wissen. Sein Freund war in der kurzen Zeit von seinem Empführer geschlagen, in die Tiefe gestürzt, von einem unbekannten Wesen gebissen und unter drogenähnlichen Substanzen gesetzt worden. Die Wut und der Hass auf diese Verrückten nahmen Erik zu. Am liebsten hätte er ihnen eigenhändig den Kopf abgerissen. Von Chris wurde Erik aus seinen Gedanken geworfen und starrte wieder auf die Bildschirme. Hardy war zur Seite gekippt und lag nun halb auf dem Bett. Die Tür des Raumes öffnete sich und eine Gestalt mit Atemmaske betrat den Raum. Eine zweite folgte. Sie setzten ihren Freund auf und einer der zwei Gestalten nahm alles an sich, was Hardy bis jetzt gesammelt hatte. Als dieser fertig mit Filzen war, legten sie Hardy auf den Rücken auf die Matratze und falteten seine Hände auf den Bauch zusammen. Ein kleiner Nachttisch erschien neben dem Bett und auf diesem erschien eine 9mm und zwei Magazine, dazu eine durchsichtige und eine schwarze Spritze. Ein Zettel und ein Bild erschienen ebenfalls. Erik konnte nicht erkennen, wer auf dem Bild zu sehen war. Einer der Gestalten machte einen Daumen nach oben in die Kamera und beide verließen den Raum. Schon wieder eine Sackgasse, kam es genervt aus den Boxen an der Wand. Erik wandte den Blick. Valentin und Sasne standen in einem Flur, der zu Ende war und der Blondschopf fuhr sich durch seine Haare. Sein Gesicht war ernst. Angespannt trat er mit Sasne den Rückzug an. An einer Kreuzung blieben sie stehen und sahen in allen möglichen Fluren. So können wir nicht weitermachen, Sasne fing Valentin an und rieb sich den Unterarm, wo ihm der Arzt die Ennexion verpasst hatte. Es muss doch irgendeinen Anhaltspunkt geben. In jedem Spiel gibt es etwas, was man folgen muss, um an sein Ziel zu kommen. Das muss hier genauso sein. Doch was ist das? Aus seiner Stimme klang eine leichte Frustration. Sasne legte ihm eine Pfote auf die Schulter. Wir müssen Ruhe bewahren, sonst werden wir das Level nicht schaffen. Ruhe bewahren, rief Valentin erstaunt aus. Sasne, uns bleiben noch ungefähr 30 Minuten, um den Ausgang zu finden. Hadi steckt in einem anderen Krankenlevel fest und ich kann ihm nicht helfen. Wenn wir den Ausgang nicht finden, werde ich in eine Folterkeller zurückgeportet und habe versagt. Ich kann und werde Hadi nicht im Stich lassen, er ist mein Freund, verdammt. Beide schwiegen. Wie gut Erik Valentin nachvollziehen konnte. Ihm wäre es nicht anders gegangen. Er sah zu, wie sein bester Freund gefolgt von dem Wookie einen der Flure betrat und weiterlief. Wieder eine Kreuzung. Zum Erstaunen aller setzte sich Valentin mitten in der Kreuzung im Schneidersitz zu Boden und schloss die Augen. Was macht mein Freund da? Vielleicht ist es nicht etwas, was man mit den Augen sehen kann, sondern mit etwas anderem, überlegte ihr Freund, mit den faszinierenden grünen Augenlaut und schwieg. Sichtlich nicht vollständig überzeugt, lehnte sich Sassner an die Wand und gab keine Laut von sich. Hadi stellte Erik mit Blick auf den anderen Monitor fest, schlief nach wie vor. Ihm behagte die Tatsache nicht, dass diese Spinner ihrem Freund alles abgenommen hatten und ihn bewusst neu ausgestattet hatten. Und was hatte es mit dem Bild auf sich? Valentin war auf die Beine gekommen und starte umgläubig in einen der Flure. Fünf Minuten vergangen. 25 Minuten verbleiben. Was hat Valentin? Hat er den Weg gefunden? Ich bin mir nicht sicher. Vorsichtig trat der Blondschopf in den Flur, schloss wieder die Augen, öffnete sie nach ein paar Minuten erstaunt. Das ist doch unmöglich. Was hat Valentin? Sassner, schließ die Augen und konzentrier dich auf den Weg. Sag mir, ob du was siehst. Wenn der gute Sassner die Augen schließt, kann er nicht sehen, aber sein Freund zuliebe wird dir das Spielchen mitmachen. Wenige Minuten, in denen Sassner die Augen geschlossen hatte, öffnete er sie erstaunt wieder. Valentin hat recht, in der Luft flimmert eine lila Schnur. Das ist ihr Weg. Gemeinsam eilten sie los. Eine lila Schnur? Nachdenklich verschränkte Eric die Arme. Einer weiteren Kreuzung schloss Valentin wieder die Augen und blickte kurz und blieb eine kurze Zeit stehen. Er zeigte in einen Flur und mit Sassner lief er weiter. Das Schauspiel wiederholte sich einige Male. Sie folgten einer Spur, die Eric und seine Freunde nicht sehen konnten. 15 Minuten vergangen. 10 Minuten verbleibend. Ohne Eggis 05 zu achten, stürmten Sassner und Valentin weiter. Die Zeit wurde knapp. Wenn sie auch nur einmal falsch abbiegen würden, wäre das Level wohl verloren. Wieder eine Kreuzung und wieder schloss Valentin die Augen und verharrte. Sassner tat es ihm gleich. Und sich ohne Worte abstimmend liefen sie in den rechten Flur weiter. Am Ende des Flurs war eine Tür. Brammen und Manuel stießen einen erleichterten Freundstrahl raus. Sassner wünschte seinem Freund viel Glück und blieb vor der Tür, wie auch die letzten Male stehen. Valentin stürmte auf die Tür zu, drückte sie mit der Schulter auf und alles wurde weiß. Level 3 abgeschlossen. Spieler wird zu Level 4 teleportet. Das war das Kapitel 22. Valentin hat es endlich aus Level 3 geschafft. Aber was wird ihn in Level 4 erwarten? Vielen Dank fürs Zuhören. Man hört sich beim nächsten Mal. Eure Black Sands. Eure Black Sands Eure Black Sands Eure Black Sands